Gibt's noch einer Kuh und E kannst du dich zur Seite drücken oder so Viel besser als dass du den kompletten Körper abguckst Ich hab Schraubflinte, nur so Das heißt, versuchst du mich grad zu drohen, Jan? Ok, ok, Alter Die sind die Silz, die Silz Was ist das? Ich mach nur einen Super-Handschutz, was ist das? Ich mach nur einen Super-Handschutz, was ist das? Ich mach nur einen Super-Handschutz, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Digga, wenn du einen Aim-Bot hast, dann benutzt den auch richtig, bitte Leuchtt Leuchtt Ich sag, wer ist das denn? Ich bin mir die Flamblech Achja, so ist das, also ok, dann machen wir auch Flamblech Ich krieg der Lachflash Scheiße, ich hab vergessen zu rücken Ah, mein Kopf Digga, was war das mit Ende, das war locker selten Das ist ein sehr kleines Ehe Oh Gott, ich hab's rotbrennt Digga, ich kann nur noch nicht auf sein, wie der mich gekippt hat Hahahaha Warte kurz Ich nehm Stun Grenade, Junge Alter Oh mein Herz Ich musste versuchen, leise zu lachen, Alter Ich guck die Schiffigkeit Digga Halt's mal Digga 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 Digga, ich will noch weiter I'm out Hahahaha 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 Loll, ich hab mit dem Teamklicken Nein, Todesanalyse Ich muss auch ne Bombe Schwupp Willst du mich verarschen? Ich hab dich gar nicht gehört Hier ist irgendwo ne Bombe habe ich gesagt Wir gehen auf den Tisch Ok, aber ist hier noch eine andere Bombe oder so? Ja Ich hab gerade so Sollten sind zusammen gespürt, Alter Das glaubst du nicht Ok, scheiße Was jetzt? Ich hab einen Granatenkill gemacht und dann hab ich auf die Fresse bekommen so dann So